Also ich muss nochmal, hier eine wichtige Info, die er mir gerade erzählt hat, weil ich das auch noch nicht gehört habe. Bitte nochmal mit der ersten und zweiten Welle sozusagen. Wie die mir erzählt hat, mein Bruder war schon im Berg da oben. Erstmal, wo das erste Wasser gekommen ist, die waren komplett draußen. Da sagt man, die zweite Welle kommt zu circa um ein Uhr hier, genau um eins. Die waren bis viertel vor eins am Arbeiten hier, ein paar Leute. Und sagen, haben schon das Wasser gesehen, aber nicht so hoch. Und genau um ein Uhr, da kommt die zweite Welle, ganz, ganz hoch. Also um ein Uhr kam eine zweite hohe Welle hier an, in Heppingen, in dem Neubaugebiet, ganz am Ende sozusagen ist das. Und hier in dem Haus waren dann sieben Leute, haben sich gerettet da oben. Der Anwalt hat mir erzählt von dem Haus dort, dass die sieben Leute waren da oben. Und dann kommt THW oder von Soldaten und hat sie schon rausgeholt, sieben Leute mit dem Schiff. Ja, verrückt. Ja, die Info, die wollen wir mitnehmen, wir sammeln ja. Also zweite Welle, Heppingen, ein Uhr und das war die Welle, die dann im Prinzip hochgeschlagen hat. Vielen Dank nochmal. Kann man dann sehen, wie hoch war das Wasser, sehen Sie die Farbe. Man sieht es deutlich, ja. Okay, vielen, vielen Dank für die Information. Nicht zu danken, danke.